hallo ihr lieben herzlich willkommen auf eine neue folge von hannis auf dem shop heute möchte ich euch zwei lippenstift zeigen also ultra schimmer lippenstift es ist momentan im angebot für 5,99 wenn man ein anderes produkt aus der broschüre bestellt ich habe mir zwei bestellt ich hoffe ihr seht so und probieren wir mal an das ist der erste der helle das ist spring bling also mir gefällt sie ein bisschen abwalten dass es trocknet und dann probieren wir den zweiten das ist stellar magenta und wie findet die dickenstifte also mir gefällt ich stehe auf blitzer auf jeden fall ja was ihr kein angebot verpassen willst dann abonniert bitte meinen kanal danke